Die Leute werden eigentlich wirklich belogen durch die Werbung. Die Fleischwerbung lügt. Eigentlich ist die heutige übliche Ernährung eine Mangelernährung. Mangel an Vitamin C, Mangel an Faserstoffen. Sojafelder zum Beispiel in Brasilien, das sind praktisch alles Sojafelder für Futtermittel. Dort werden Regenwälder abgeholzt für unsere Tiere hier in Europa. Viel schlimmer ist aber die Fleischproduktion. Die trägt viel mehr zum Klimawandel bei, als alle Transportmittel auf der Welt zusammengenommen. Ein sehr grosses Problem, dass Leute hungern wegen unserem Fleischkonsum. Humanes Töten gibt es sowieso nicht. Kein Tier wird menschlich getötet. Also das ist völlig absurd. Das erzeugt extrem viele Stresshormone. Die sind relativ ähnlich zu unseren Stresshormonen in unserem Körper. Die nehmen wir dann auch über das Fleisch auf. Bei jedem Lebensbereich hat man Vorteile, wenn man vegan lebt. Egal was man ansieht, Umwelt, Tierschutz, Ökologie, Ökonomie. Es ist eine riesige Verschwendung, was wir heute betreiben. Überall hätte man Vorteile, wenn man vegan lebt. Wieso soll man es dann nicht tun? Hallo, Lieben. Willkommen bei einer neuen Folge von The Habit Rabbit. Ich bin Thomas und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder Renato Pichler zu Gast haben. Hallo, Renato. Hallo, Thomas. Wir wollen heute über die drei Gründe für den veganen Lebensstil und für veganes Leben sprechen. Wobei, es sind drei Hauptgründe letztlich. Bevor wir darauf eingehen, auf die Details, kannst du dich bitte vorher noch mal kurz vorstellen, wer du überhaupt bist, für alle, die dich noch nicht kennen. Ich bin Renato Pichler, habe Swissweck gegründet und aufgebaut und das V-Label-Projekt, wenn sie die wichtigsten. Okay, und du bist schon seit 25 Jahren vegan und hast schon massiv an dem Veränderungsprozess in der Schweiz teilgehabt, könnte man so sagen. Ja. Was sind denn so die wichtigsten Gründe für eine vegane Ernährung, so diese Oberbegriffe? Also Gesundheit, Umwelt und Tierschutz und vielleicht noch Ökonomie, das hat überall dann wieder reinspielt. Ja. Aber die drei wären schon Gesundheit, Umwelt und Tierschutz. Ja. Hast du für dich einen Bereich, der dir am wichtigsten ist? Oder kann man das gar nicht so trennen? Eigentlich so Ethik, das hauptsächlich mit dem Tierschutz zu tun hat, aber nicht nur. Weil Ethik hat natürlich auch mit Menschen zu tun, wie man mit den Menschen umgeht und mit den Tieren. Und das hängt alles dann auch mit dem Fleischkonsum zusammen. Was sind denn so die Argumente beim ethischen Aspekt, die gegen Tierkonsum sprechen? Also grundsätzlich kann man Tiere nur aufessen, wenn sie vorher umgebracht worden sind. Also da hat man schon ein Problem, dass man Gewalt anwendet, um die Nahrung zu beschaffen. Das ist nicht nötig. Und wenn das nicht nötig ist und ethisch eigentlich verwerflich, alle sagen ja eigentlich, das ist nicht so toll. Und Metzger sind nicht unbedingt die beliebtesten. In einer Gesellschaft kann man nicht gut sagen, ich bin Metzger, gefällt dir das auch? Oder willst du mir mal zuschauen bei meiner Arbeit? Also das ist ganz etwas anderes, als wenn man bei einem Obstbauern zum Beispiel vorbeigeht. Das ist kein Problem, da geht man auch mit den Kindern vorbei. Aber beim Metzger nimmt man seine eigenen Kinder nicht mit. Und wenn man den eigenen Kindern etwas nicht zeigen kann, dann muss man sich schon überlegen, ob das etwas ist, was man unterstützen will. Also da hat man schon ein ethisches Problem, wenn etwas so verwerflich ist, dass man die Kinder davon fernhält. Vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer reingehen, was so die Probleme an dem Töten letztlich sind. Oder an dem Tötungsprozess und überhaupt, dass Tiere getötet werden müssen. Grundsätzlich ist es nicht nötig. Das ist mal ein sehr wesentliches Argument. Wir machen das eigentlich, obwohl es nicht nötig ist. Und das Töten selber, das ist immer gewaltvoll. Kein Tier stirbt gern freiwillig. Und da gibt es halt die verschiedenen Methoden. Und keine Methode ist eigentlich wirklich so ideal, wenn man das überhaupt sagen kann. Und humanes Töten gibt es sowieso nicht. Weil human heisst ja menschlich und kein Tier wird menschlich getötet. Also das ist völlig absurd. Also heute ist ja das Hauptlebensmittel beim Fleisch das Schweinefleisch. Also in der Schweiz ist es über 50 Prozent, ich glaube in Deutschland auch etwa, wird Schweinefleisch konsumiert. Und die werden hauptsächlich in grösseren Anlagen vergast. Also in Gaskammen mit CO2. Und da ersticken sie langsam. Es ist ein sehr qualvoller Tod, der Stickungstod. Man könnte das auch mit anderen Gassorten machen, wie Kohlenmonoxid zum Beispiel. Dann schläft man ein, so wie man sich das in der Werbung gewöhnt ist. Und denkt, ja das ist harmlos. Aber das machen wir aus verschiedenen Gründen nicht. Oder CO wäre auch gefährlich für die Schlachthofmitarbeiter. Die würden auch eventuell einschlafen und einfach sterben, wenn man es nicht merkt. Dafür gäbe es natürlich Sensoren, das kann man lösen. Aber CO ist auch teurer als CO2. CO2 ist die Kohlensäure. Dass wir auch ein Mineralwasser drin haben. Und sonst überall ist ein Industriegut, das man leicht bekommt. Aber es löst Erstickungsanfälle aus. Und das sieht man halt nicht, weil die Boxen geschlossen sind. Dann fährt man so einen Lift runter und die Schweine ersticken. Sehr qualvoll. Und das ist eigentlich die häufigste Tötungsmethode. Nebst dem Elektroschock. Dass man die einfach mit einem Elektroschock quasi dazu bringt, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Sich verkrampfen. Theoretisch sollten sie tot sein. Aber das stimmt natürlich nicht. Viele wachen dann immer noch auf, wenn sie dann abgestochen werden, ausgeblutet oder verbrüht. Also es ist schon ein sehr gewaltvoller Prozess. Und das Ganze muss natürlich noch so schnell wie möglich passieren. Weil das Ganze geht ja nur um Geld. Und wenn es um Geld geht, dann optimiert man natürlich den Geldfluss und minimiert man nicht das Leiden der Tiere. Ja. Du hast schon das humane Töten angesprochen. Wie? Das ist ja so ein paradoxer Begriff irgendwie. Das humane Töten. Das ist ja... Ich meine, da scheiden sich ja wirklich die Geister irgendwie, dass sie dann sagen, okay, mein Fleisch kommt ja vom Bauern um die Ecke, vom guten Biohof und hat gut gelebt und ist jetzt gut gestorben. Ja, es gibt keine Bio-Schlachthöfe. Und das ist noch so ein Paradoxon. Bio heisst Leben und Leben und Töten. Das passt nicht zusammen. Also Bio-Töten geht nicht. Also Bio-Schlachthöfe existieren zumindest in der Schweiz nicht. Die werden ganz genau gleich geschlachtet wie alle anderen Tiere auch. Es geht genau gleich brutal zu und her. Es gab gerade vor kurzem wieder in Deutschland einen Fall, wo ein Bio-Schlachthof angezeigt worden ist wegen der Brutalität gegenüber den Tieren. Also das ist eigentlich eine schöne Färberei. Die Leute denken sich das natürlich. Aber selbst wenn es das Tier vorher ein bisschen schöner hatte, wird es genau gleich geschlachtet wie die nicht-Bio-Tiere. Weisst du bei den Haltungsbedingungen, wie sind da die Unterschiede zwischen der Massentierhaltung, die ja eigentlich schon anerkannt schlecht ist, und den Bio-Höfen? Da muss man natürlich unterscheiden, was ist das Gesetz und was ist die Realität. Also in der Schweiz haben wir relativ gute Gesetze, aber sehr schlechte Realitäten, weil es einfach sehr schlecht kontrolliert wird. Dort spart man natürlich, weil was bringt es dort Geld auszugeben? Man muss ja noch mehr Geld ausgeben und dann die Gesetze einzuhalten. Also es gab mal einen Kantonsveterinär, der ist zuständig vom Kanton für die Kontrollen. Der hat gesagt, dass 15 Prozent der Schweinehalter in der Schweiz das Gesetz nicht einhalten. Und wenn das jemand sagt, der eigentlich hauptberuflich das machen sollte, dafür zu sorgen, dass es eingehalten wird, dann muss man schon ziemlich ein Bedenken haben. Weil er selbst konnte auch nichts machen, er war zuständig dafür, aber er kann es nur protokollieren. Er gibt es seinen Vorgesetzten weiter und dann passiert nichts mehr. Das landet irgendwann in einer Schublade und niemand interessiert sich dafür. Also er kann keine Strafen geben, er kann gar keine Sanktionen machen, er kann nur feststellen, das Gesetz wird nicht eingehalten. Und dann müsste eigentlich die Behörde etwas unternehmen dagegen, aber meistens tun sie es nicht. Weil etwas dagegen zu unternehmen, das ist Arbeit und Behörden und Arbeit, das verträgt sich manchmal nicht so gut, besonders im Tierschutzbereich. Also die lassen es lieber liegen, weil dann passiert nichts. Und niemand kann sie einklagen, weil es gibt kein Verbandsklagerecht für Tierschutzorganisationen. Wir haben ein Tierschutzgesetz in der Schweiz, aber niemand ist klageberechtigt, das durchzusetzen. Dann ist das Gesetz ja quasi wertlos. Kann man das mehr oder weniger? Also ich meine, wenn es ein Gesetz gibt, dass es jetzt keine Konsequenzen gibt, wenn man sich nicht daran hält, ist es ja mehr oder weniger, oder? Theoretisch gäbe es Konsequenzen, wenn die Behörden reagieren würden. Aber es ist dasselbe, es ist ein Offizialdelikt, wie ein Mord und Totschlag, ist auch ein Offizialdelikt. Die Behörden sind gezwungen, von sich aus aktiv zu werden, sobald sie erfahren, dass irgendwann dieses Gesetz nicht eingehalten wird. Nur machen sie es da nicht. Die Polizei macht das zum Glück, wenn es bei den Menschen wäre. Dort werden sie aktiv. Aber es kann auch niemand die Polizei zwingen. Weil das ist schon selbstverständlich im Gesetz her so vorgegeben. Die sind dafür zuständig. Und das Veterinäramt ist zuständig dafür, dass Tierschutzgesetz eingehalten wird. Und wenn die das nicht tun, dann gibt es keine Oberinstanz, die sie zwingen könnte. Die müssen ja dann eigentlich die Betriebe schliessen und solche Sachen. Einfach Sanktionen oder Tierhalterverbot oder sonst irgendwas. Sie hätten alle Mittel. Die gesetzlichen Mittel sind vorhanden. Und wenn man sie nicht durchbringt, dann hat man halt ein Problem, weil niemand sie dazu zwingen kann. Es kann niemand gegen einen Tierhalter klagen, wenn das Tier nicht ihm selber gehört, weil er nicht betroffen ist, hat er gar kein Klagerecht. Also man kann es dann den Behörden mitteilen, der hat das Tierschutzgesetz nicht ein. Und die Behörden sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Tierschutzgesetz einhält. Und wenn sie es nicht tun, dann kann man sie einklagen, weil sie ihre Arbeit nicht machen. Aber das landet in derselben Schublade, wie das andere vorher. Also das ist ein heikler Punkt. Und das andere ist natürlich, dass die Biogesetzgebung zwar besser ist, aber auch nicht so ideal, wie die Leute sich das vorstellen. Also auch die Tiere werden nicht zu Tode gestreichelt. Ja, krass. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist schon heftig, weil man denkt ja eigentlich... Ich meine, die Bioregularien sind ja schon niedrig und die Regularien für die Massentierhaltung sind ja eigentlich auch schon... Also die Zustände sind ja schon unter aller Sau im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn sie dann nicht mehr eingehalten wären, also das ist ja... Wie geht denn das dazu? Also ich meine, das... Ja, man sieht ja, dass es ja immer schwieriger wird, Aufnahmen zu machen in so Tierhaltungen. Weil halt die Leute nicht merken sollen, dass die Tierhaltung nicht dementsprechend, was in der Werbung steht. Es gab da verschiedene Gerichtsurteile, auch vor kurzem wieder. Also die Leute werden eigentlich wirklich belogen durch die Werbung. Die Fleischwerbung lügt. Und das ist ganz... Ist eigentlich jedem klar, der mit dem Tierschutz irgendwie zu tun hat. Aber niemand kann etwas dagegen unternehmen. In der Werbung darf man ja mehr oder weniger lügen. Und wenn irgendwer einen Huhn schön hat und draußen ist von den ganzen... Von 10.000 Hühnern, dann kann man das filmen und mit dem ein Foto machen. Und mit dem macht man die Werbung. Ja. Ja, gerade in der Schweiz ist ja... Gerade mit dem Almbetrieb und so sind ja schon... Ist ja schon dieses Image und dieses Bild da, dass die Kühe auf der Weide stehen, auf der Alm oben. Ja, das Image ist da. Das ist einfach keine Realität. Und auf der Alm oben stehen nur ganz wenige Kühe. Und von den wenigen Kühen könnten wir die Schweizer nicht ernähren. Abgesehen davon, dass eben 50% der Schweinefleisch ist. Auch das Rindfleisch stammt hauptsächlich aus Talregionen. Weil in den Alm, die sind nicht ideal als Weideflächen. Das ist eben sehr hoch oben. Die Verhältnisse sind so, dass dort das Gras nur sehr langsam wächst. Also die haben nur sehr wenig Futter. Die können gar nicht so viele Kühe dort oben füttern. Also können sie nur sehr, sehr wenig Fleisch produzieren. Zum relativ hohen Preis. Und mit dem die Schweizer zu ernähren, das ist illusorisch. Das braucht man nur für die Werbung. Also die gute Alpenmilch, die es bei uns auch in Deutschland gibt. Das ist letztlich die Massentierhaltung am Fuss der Alpen. Ja, ich kann es irgendwie so ausdrücken. Es gibt sicher ein paar Kühe, die ein bisschen weiter oben sind. Aber das ist ein verschwindend geringer Teil. Ja, für die Kuh spielt es auch gar keine grosse Rolle. Ob sie ein bisschen weiter oben oder weiter unten ist. Aber je weiter oben das ist, mehr steiler der Hang, desto mehr Subventionen gibt es für die Bauern. Deshalb ist halt gewillt, das möglichst weit oben zu haben, das Tier, dass er mehr Subventionen bekommt. Kommen wir von dem ethischen Aspekt jetzt mal zu dem gesundheitlichen Aspekt. Du hast ja schon angesprochen, dass es nicht mehr nötig ist oder nicht notwendig ist, Tierprodukte zu essen. Wie kannst du das kurz begründen? Also notwendig ist es sicher nicht. Es ist keine Not da, die man abwenden könnte mit Fleischkonsum. Im Gegenteil. Und es gibt ja mittlerweile auch genügend Vegetarier und Veganer. Zum Teil schon über eine Generation hinweg, dass man sehen kann, es ist nicht notwendig. Eindeutig. Jetzt kommt natürlich noch die Wissenschaft dazu, die das Ganze analysieren muss, bevor sie es auch glaubt. Und da gibt es eigentlich auch schon genügend Studien, die ganz klar besagen, dass vegane Ernährung heute sehr gut möglich ist. Man muss ein bisschen auf das B12 achten, das Vitamin. Aber ansonsten gibt es eigentlich keine so grossen Probleme. Also sage ich jetzt mal, keine grösseren Probleme wie bei der anderen Ernährung. Natürlich kann man sich vom Fastfood auch vegan ernähren. Also das ist überall möglich. Man kann auch nur Zucker und Alkohol zu sich nehmen, das ist auch vegan. Aber das Problem entsteht dann nicht durch die vegane Ernährung, sondern durch die Fehlernährung generell. Bei der veganen Ernährung kommt dann das B12 ein bisschen dazu. Ich sage absichtlich ein bisschen, weil es eigentlich die Fleischesser auch haben. Weil bei den Tieren wird es ja ins Futter gemischt, das B12, damit die Tiere genügend Vitamin B12 haben. Weil die auch schon so unnatürlich sich ernähren, dass sie es von der Natur nicht mehr bekommen, im genügenden Ausmass. Also konsumieren das die Veganer direkt und die Fleischesser über das Tier. Und da finde ich das eigentlich logisch, man konsumiert es direkt, hat man einen kleineren Umweg und nimmt es sicherer ein. Aber ansonsten gibt es eigentlich keine Nachteile für die vegane Ernährung. Natürlich kann man jetzt lange ins Detail gehen mit Calcium, Eisen und Eiweiß und so weiter. Aber wenn man sich gesund, abwechslungsreich, genügend ernährt, dann ist es alles eigentlich kein grösseres Problem wie bei der durchschnittlichen Omnivorenkost. Du bist ja das beste Beispiel seit 25 Jahren vegan und trotzdem fit und gesund und voller Energie. Bei dem Gesundheitsaspekt spielen ja auch, du hast es schon ein bisschen angesprochen, die negativen Effekte von bestimmten Tierprodukten sind ja schon immer wieder ein Thema, gerade was Fleisch angeht. Wie wirkt sich Fleischkonsum auf die Gesundheit aus, sodass eine pflanzliche Ernährung einen Vorteil geben kann? Die meisten ernähren sich hauptsächlich tierisch heute. Also in der Schweiz ist das meist konsumierte Nahrungsmittel, also Nahrungsmittelgruppe sind Milchprodukte. Viel mehr als Gemüse, Früchte oder anderes Zeugs oder Getreide. Und man will den Milchkonsum ja noch steigern. Und Milch ist ein sehr fetthaltiges Produkt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja ich konsumiere nur entrammte Milch oder fettarmen Käse. Aber das tierische Fett ist trotzdem im Nahrungsmittelkreislauf drin. Das hat man herausgemolken aus der Kuh. Das bleibt da und es wird halt anders verarbeitet. Dann ist man halt statt beim Hauptgericht das Dessert eine Cremeschnitte und dann hat man es dort wieder drin. Also irgendwo kommt das Fett immer in die Nahrungskette rein, wenn man das mal produziert hat. Dann kann man es nur ein bisschen verlagern vom einen Ort zum anderen. Also da haben wir eigentlich viel zu viel tierische Fette. Und wenn man das mit dem Fleisch noch kombiniert, was man auch zu viel isst und die Soßen und so weiter, haben überall sehr viel Fette drin und das gibt natürlich die Ablagerungen in unseren Blutgefässen. Was dann wiederum die verschiedenen Folgeerkrankungen geben kann, bis zu Herzinfarkt und so weiter. Also Herz-Kreislauf-Probleme. Man kann sie eigentlich gar nicht so richtig trennen, die Milchkonsum und den Fleischkonsum aufgrund der Milchproduktion an sich. Können Sie da mal drauf eingehen? Ja, Milch gibt es natürlich nur, wenn eine Kuh ein Junges bekommen hat. Das ist bei den Menschen genau gleich. Nur machen die meisten den Link nicht von Menschenfrau zu Rind. Aber es ist genau dasselbe. Wenn ein Rind noch kein Junges gebärt hat, dann gibt es auch keine Milch. Also muss man die zuerst schwängen. Und dann, wenn das Kälbchen auf der Welt ist, nimmt man das dort weg von der Mutter und melkt die Kuh. Das sind unsere Kuhmilch. Und das geht dann etwa ein Jahr relativ gut. Und dann nimmt die Milchleistung ab. Und dann bekommt sie das nächste Kalb. Und so geht es eigentlich dauernd weiter. Also leider nicht sehr oft, weil die schon sehr früh geschlachtet werden. Eine Kuh wird etwa 20 Jahre alt. Oder könnte so alt werden. Sie wird etwa 4-5 Jahre geschlachtet. Beim Viehhof vielleicht mal 7 oder 8 Jahre. Aber das ist natürlich nicht ihre Lebenserwartung. Weil dann halt die Milchleistung generell abnimmt oder sie nicht mehr so gebärfähig ist. Dann rentiert es halt zu wenig. Und die Kälber, die sind natürlich dann ein Nebenprodukt von der Milchindustrie. Und die werden auch zu Fleisch verarbeitet. Können wir mal auf das Fleisch zu sprechen. Welche negativen Effekte hat das? Wir hatten das schon ein bisschen angesprochen mit den tierischen Fetten. Ja, die tierischen Fetten sind natürlich immer drin. Es kommt dann noch darauf an, was für eine Fleischsorte, was sonst noch drin ist. Und dann kommt noch das Legale und Illegale. Es gibt natürlich dann auch die Antibiotika-Rückstände, die nicht drin sein sollten. Aber auch die Antibiotika-resistenten Bakterien, die dann drin sein könnten. Die dann wieder nicht illegal sind, weil wenn das Antibiotika nicht mehr feststellbar ist. Dann kommen natürlich die Angst-Stress-Hormone noch, die natürlich aufgebaut werden in dem Stress. Wie ich vorhin gesagt habe, mit dem Schwein, dass es kläglich erstickt in mehreren Minuten. Das erzeugt durch extrem viele Stresshormone. Die sind relativ ähnlich zu unseren Stresshormonen in unserem Körper. Die nehmen wir dann auch über das Fleisch auf, weil die natürlich nach dem Schlachten nicht mehr abgebaut werden. Die bleiben im Fleisch drin. Das ist sicher problematisch. Leider gibt es kaum eine Untersuchung darüber, was für eine Auswirkung das hat. Was hat einen sehr spezifischen Teil vom Fleisch. Aber ich denke, wichtig ist nicht nur, was drin ist, sondern auch, was man dann nicht bekommt, wenn man zu viel Tierisches konsumiert. Wenn das die Hauptnahrungsmittelgruppe ist, dann vernachlässigen die Leute, dass wir eigentlich heute ein Problem haben, dass wir zu wenig Gemüse und Früchte essen. Weil im Fleisch, Milchprodukte, in Eiern hat es überhaupt keine Fasenstoffe drin. Das gibt wieder Verdauungsprobleme. Zum Beispiel haben viele dann gar keine richtige Verdauung mehr, weil es hat die Ballaststoffe fehlende Fasenstoffe. Dann brauchen sie Abführmittel, damit es überhaupt noch einigermassen funktioniert. Und Vitamin C gibt es auch keine in tierischen Produkten. Also es gibt eigentlich sehr wertvolle Stoffe in den pflanzlichen Produkten, die im tierischen gar nicht vorkommen. Und wenn man sich so verlagert mit seiner Ernährung auf die tierischen Produkte, dann fehlt einem etwas. Also eigentlich ist die heutige übliche Ernährung eine Mangelernährung. Mangel an Vitamin C, Mangel an Fasenstoffen, Mangel an Vitamin E zum Beispiel. Es gibt ein paar andere Vitamine auch noch, die zwar dann nicht nur in pflanzlichen Produkten, aber hauptsächlich dort vorkommen. Ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall, ja. Dass eigentlich nicht der vegane oder vegetarische oder vegane Lebensstil ein Mangel ist, sondern eigentlich das andere dann. Ja, man weiss es heute ja eigentlich, dass man mehr Gemüse und Früchte essen müsste. Und auch in der Schweiz macht das Bundesamt für Gesundheit ja Werbung für mehr Früchte mehr Gemüse. Das Problem ist, dass man gleichzeitig die Milch- und Fleischwerbung subventioniert mit Millionen und dann nebenbei noch eine kleine Werbung macht für mehr Gemüse und Früchtekonsum. Und das funktioniert halt nicht, wenn man so viel Milch und Fleisch konsumiert, wie man sollte gemäss den offiziellen Empfehlungen oder vielleicht noch mehr, was einem schmeckt oder was auch immer, dann hat man gar keinen Hunger mehr für einen Apfel. Dann ist der Magen voll. Das stimmt. Kommen wir nochmal auf die Tierprodukte. Es wird ja immer gesagt, dass Fisch gesündere Fettsäuren oder hat ja schon Omega-3-Fettsäuren drin und ist ja insofern gesünder. Gibt es da noch mehr, wo man differenzieren sollte? Ja, hat zwar schon Omega-3-Fettsäuren drin, aber hat natürlich auch sehr viele Schwermetalle und andere Umweltgifte drin. Also man empfiehlt zum Beispiel auch Schwangeren gewisse Fischsorten nicht zu konsumieren wegen Quecksilbergehalt, weil das die Hirnentwicklung des Fötus beeinträchtigen könnte. Es gibt ja verschiedene Giftstoffe, die halt kumuliert sind im Fisch. Der Fisch ist einer der wenigen Nicht-Veganer, die Fleischesser essen. Weil die meisten anderen Tiere sind Veganer, aber der Fisch ist eigentlich auch ein Fleischesser. Das heißt, er ist kleinere Fische, die essen wiederum kleinere Fische und dann am Schluss irgendwann das Plankton. Und in jeder Nahrungskette summieren sich die Giftstoffe auf. Und wenn der Fisch am Schluss ist und wir essen dann noch den Fisch, dann haben wir eigentlich eine hohe Kumulation von Giftstoffen, die wir aufnehmen. Also Gift im Fisch ist eigentlich das, was wir am meisten konsumieren, wenn es um die Ernährung geht. Ja, und damit kann man, glaube ich, ganz gut auch jetzt zu dem anderen Bereich Umwelt anknüpfen. Gerade beim Fisch ist ja die Überfischung der Meere ein massives Problem momentan. Ja, eben viele denken halt, Fisch sei gesund und deshalb stellen sie um von feiner Fleisch auf Fisch. Und ja, die Meere werden nicht grösser und die Vermehrung der Fische dort wird immer problematischer. Da sind wir dann schon beim Klimawandel und anderen Sachen, also Vergiftung der Meere. Was zum Teil auch wiederum mit der Massentierhaltung zu tun hat, den Nitrate, die dann ins Meer gepumpt werden, die dann eigentlich zu viel Dünger ist für das Meer, dann wachsen die Algen zu stark. Die Algen nehmen den Sauerstoff weg, dann ersticken die Fische. Also in der Schweiz haben wir mehrere Seeren, die werden seit vielen Jahren künstlich beatmet, weil sie so überdüngt sind in der Innenschweiz. Rundum hat es eben die Schweinemassbetriebe und die verbringen halt so viele Gülle und Fäkalen aufs Feld, dass einfach zu viel Nitrate am See landet. Und dann ersticken die Fische dort, wenn man sie nicht künstlich belüften würde. Ist ja auch ein Problem für das Grundwasser dann, oder? Das auch natürlich, ja, weil Nitrate würde man nicht im Grundwasser haben. Und im Trinkwasser und so, dass das dann speziell nochmal gereinigt werden muss und aufwendiger? In der Schweiz wird es in der Regel nicht gereinigt. Also in den meisten Orten, da haben wir den Vorteil wieder von den Bergen, dass man natürlich das Wasser nimmt, das von dort herunterkommt, bevor es unten dann verseucht wird von Nitraten. Aber es gibt schon sehr viel Wasser hier in der Schweiz, dass es sehr gut verdünnt wird. Ist nicht ganz so problematisch, aber man muss natürlich laufend untersuchen. Und an gewissen Orten darf man natürlich keine Fäkalien aufs Feld bringen, wenn dort das Grundwasser als genutzt wird, das Trinkwasser. Dort sind Schutzzonen, da gibt es auch wieder gesetzliche Regelungen. Da gab es gerade vor kurzem wieder eine Sendung in der Schweiz, eine Konsumentenschutzsendung, wo sie festgestellt haben, dass auch das gesetzlich eingehalten wird. Es gibt zum Beispiel einen Mindestabstand von 5 Meter zu einem gewissenen Gewässer, wo man nicht güllen darf, keinen Dünger ausbringen darf, einfach um die Gewässer zu schützen. Aber es wird da kaum kontrolliert. Kommen wir nochmal zu dem Grund, warum es jetzt aus Umweltsicht nicht ratsam ist, Tierprodukte zu konsumieren oder ein pflanzlicher Lebensstil da ratsam ist. Die Verlängerung der Nahrungskette ist immer ein Problem. Da verschwendet man riesige Ressourcen in allen Bereichen. Egal, ob man jetzt Energie ansieht, Wasserverbrauch oder auch Landverbrauch, überall braucht man eigentlich viel mehr davon, wenn man Tiere konsumiert, anstelle direkte Pflanzen zu konsumieren. Und das sieht man natürlich dann in allen Bereichen. Also die Sojafelder zum Beispiel in Brasilien, das sind praktisch alles Sojafelder für Futtermittel. Dort werden Regenwälder abgeholzt für unsere Tiere hier in Europa. Und das ist ein Riesenproblem, nicht nur direkt jetzt dort vor Ort, sondern auch für das Weltklima. Wenn natürlich die Regenwälder abgeholzt werden oder verbrennt werden für unsere Futtermittelproduktion. Der Transport selber wird zwar immer überbewertet und sagt, importiertes Futter ist schlimm, aber viel schlimmer ist der Anbau. Der Transport fällt dann kaum mehr ins Gewicht. Aber wenn wir beim Transport sind, also die Transporte durch Flugzeuge, Schiffe und so weiter, die werden immer kritisiert während dem Klimawandel, weil sie CO2 ausstoßen. Viel schlimmer ist aber die Fleischproduktion. Die trägt viel mehr zum Klimawandel bei, als alle Transportmittel auf der Welt zusammengenommen. Das wissen viele noch nicht. Und das hat die FAO publiziert, also die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO, die selber eigentlich auch Tierfabriken fördert und gar nicht auf der veganen Linie isst. Und wenn die das sagt, dann kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich etwas Wahres dran ist. Dann werden die ja wahrscheinlich eher ein bisschen konservativer versuchen zu rechnen, oder? Weil es gibt ja auch so verschiedene Zahlen. Also die FAO-Zahl ist, glaube ich, 14 Prozent so in der grossen Ordnung. Und in Cowspiracy tauchen aber Zahlen von 51 Prozent auf, was den Anteil am Klimawandel der Nutztierhaltung ausmacht. Ja, also Cowspiracy verwendet die Zahlen vom Worldwatch-Institut. Okay. Das ist auch ein Washington-Institut, das schon seit vielen Jahren die Entwicklung der Welt analysiert. Und die sehen das halt ein bisschen anders als die FAO. Die FAO hat das halt sehr eng gesehen. Und das Worldwatch-Institut nimmt halt alles, den ganzen Rest noch rein. Zum Beispiel, was wäre für das Klima besser gewesen, wenn man die Welt nicht abgeholzt hätte, die ganze Produktion dort. Oder man kann natürlich auch das Wasser im Schlachthof noch reinnehmen. Oder die Energie, weil man das Fleisch durchkühlen muss oder tiefgekühlt transportieren muss. Da gibt es natürlich ganz viele Faktoren, die man da reinnimmt oder nicht reinnimmt. Da kann man sich natürlich darüber streiten, was ist jetzt gut, was nicht. Man kann auch Gemüse tiefkühlen. Aber ja, es ist natürlich beim Fleisch notwendig, dass man das kühlt. Sonst kann man es nicht transportieren. Fleisch ist kein natürliches Lebensmittel für uns. Das macht uns relativ schnell krank. Also muss man da aufpassen und braucht halt die Kühlkette. Es ist also energetisch viel, viel aufwendiger, als Gemüse oder andere pflanzliche Produkte zu transportieren oder irgendwo zu lagern. Ja, gut. Also da kommt dieser Zahlenunterschied wirklich nochmal her. Dass da viel mehr mit reingerechnet wird, was drumherum noch ist um die eigentliche Tierhaltung. Ja. Okay. Und wenn man auf Qualität achtet. Ja. Ihr habt ja auch eine Grafik im Buch, habe ich gesehen, die das so ein bisschen gegenüberstellt. Die kann man ja vielleicht einblenden mal, wenn das geht. Dass man dann mal so sieht, wie große Unterschiede wirklich sind. Kommen wir dann nochmal auf den, du hattest noch den vierten Aspekt angesprochen, den ökonomischen. Worum geht es denn dabei? Wir leben im Kapitalismus. Das vergessen viele leider immer wieder mal. Kapitalismus heisst, dass das Geld eigentlich sagt, wo es lang geht. Die Gesellschaft entwickelt sich hinter dem Geld her. Und wenn irgendetwas rentabel ist, dann wird das gemacht. Wenn etwas nicht rentabel ist, dann wird das eher nicht gemacht. Ausser von ein paar wenigen Idealisten. Aber meistens sind das nicht unbedingt diejenigen, die dann die Grossfirma leiten. Und das muss man natürlich immer im Auge behalten, wenn man irgendwas verändern will in der Gesellschaft. Man kann im Kapitalismus nur sehr wenig ändern, wenn man gegen den Kapitalismus arbeitet. Es gibt Leute, die das natürlich in Verbindung bringen, den Kapitalismus abschaffen wollen, was eine Extremvariante ist. Oder den Fleischkonsum abschaffen. Aber man muss halt mit den Werkzeugen arbeiten, die wir momentan haben. Und momentan sind wir im Kapitalismus verhängt. Also müssen wir schauen, was kann man machen, damit wir im Kapitalismus den Fleischkonsum senken können. Und das Einfachste ist natürlich, dass man Geld verdient, indem man vegane Produkte herstellt. Also fördern wir am besten die veganen Produkte. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine CO2-Steuer einführen würde, sonst eine Klimasteuer, dann wäre das wieder positiv für die pflanzliche Produkte. Das ist voll in Komfort mit dem Kapitalismus. Und man kann natürlich auch verschiedene Steuern, eine Gesundheitssteuer, Fettsteuer usw. einführen, können wir auch in diese Richtung machen. Oder man unterstützt einfach die veganen Hersteller. Im Moment ist es leider umgekehrt, dass man halt die Fleischproduktion fördert, finanziell mit den Subventionen, Milchproduktion wird gefördert. Und wenn man das natürlich umlenken könnte, zu dem Bauern, die pflanzliche Nahrungsmittel produziert, dann hätten wir extrem viel gewonnen. Und das wäre ein riesen Vorteil für die vegane Bewegung. Ja, auf jeden Fall. Spielt bei dem ökonomischen Aspekt auch noch so der Welthunger mit rein? Und die Ernährung der Weltbevölkerung? Oder würdest du den woanders verhaften? Ja, doch. Das hat natürlich schon sehr damit zu tun. Also wir können uns hier in Europa natürlich ziemlich alles leisten. Wir können auch für das Futtermittel ein bisschen mehr bezahlen. Und das Futtermittel kommt in der Regel aus ärmeren Ländern. Und wenn wir natürlich sagen, wir wollen mehr Fleisch, brauchen wir mehr Futtermittel. Wird dort mehr gerodet, mehr angebaut für uns. Und das ist natürlich dasselbe Land, das die lokale Bevölkerung dort eigentlich auch brauchen würde für die eigenen Nahrungsmittelproduktion. Und wir können den Preis hochschrauben, also dass Soja dann teurer wird. Oder auch wenn man Futtergerse oder was auch immer einkauft, kann der Preis hochschnellen, weil hat eine grössere Nachfrage vorhanden ist. Die lokale Bevölkerung dort vor Ort kann es sich nicht mehr leisten. Aber wir können dann immer noch das Futter abkaufen, um unsere Tiere damit zu füttern. Und das ist natürlich dann schon ein sehr grosses Problem, dass Leute hungern wegen unserem Fleischkonsum. Und das ist keine neue Erkenntnis. Das weiss man seit 20, 30 Jahren. Also schon als ich begonnen habe vor 25 Jahren gab es schon Filme, die das aufgezeigt haben. Aber man hat auch nichts dagegen gemacht. Eben wegen dem Kapitalismus. Wir haben das Geld, also bestimmen wir, was dort in Brasilien angebaut wird. Und nicht die lokale Bevölkerung. Und wenn die hungern, dann haben sie auch Pech gehabt, sie haben nicht so viel Geld wie wir. Also das ist unsere Philosophie und Kapitalismus. Und am Ende verkaufen wir die hochgezüchteten, billigen Hühner wieder nach Afrika. Und dann gehen die Bauern letztlich, die hängen auch von den Tierprodukten ab in dem Moment, aber die gehen die Bauern vor Ort dann pleite, weil wir also billige Hühner dahin exportieren. Ja, es gibt in Afrika, Schweiz oder europäische Milchprodukte, die billiger sind, als die lokale Bevölkerung da produzieren kann. Und die haben ganz andere Löhne wie in Europa. Ja. Eben wegen den Subventionen. Das ist einfach nur verrückt, ja. Also eigentlich ist es fast falsch, wenn man sagt, das liegt im Kapitalismus, weil der Kapitalismus ist da ausgeartet. Wenn der Kapitalismus in Reinstform wüten würde, sage ich jetzt mal, dann gäbe es solche Auswüchse nicht einmal. Weil im Moment ist ja so, dass der Markt völlig verfälscht ist. Die Politik unterstützt extrem einseitig mit Subventionen der Fleisch- und Milchproduktion. Und das ist eigentlich eine Marktverfälschung. Etwas, was im Kapitalismus eigentlich eher nicht gewollt ist. Man soll den Markt nicht verfälschen. Wenn man das wegnehmen würde, dann gäbe es keine Hühner mehr in Afrika, die billiger sind, wie die lokale Bevölkerung herstellen kann. Aber wir subventionieren ganz einseitig die grosse Industrie. Und das hat halt wieder damit zu tun, dass halt die Macht konzentriert wird, diejenigen, die schon Geld haben, bekommen noch mehr Geld. Dann haben sie natürlich wieder Geld, um Lobbyisten zu bezahlen. In Brüssel, Berlin, Bern, wo auch immer. Und können dort dafür sorgen, dass das Geld noch reichlicher fliesst, damit sie noch grösser werden. Und so werden die immer grösser und grösser. Das hat der grosse Nachteil, dass es immer schwieriger wird, das umzubiegen, dass man auch die gesundheitlichen Aspekte, den Welthunger usw. mit einbezieht im Geldfluss. Das ist schon ein sehr spannender Aspekt, wie das verfälscht wird. Ich weiss nicht, wie es in der Schweiz ist. Wie wird es da subventionieren? In Deutschland ist es so, dass 19% Mehrwertsteuer beispielsweise auf den Pflanzendrinks ist, weil die als Genussmittel deklariert sind und 7% ist auf der Milch drauf. Ist das in der Schweiz ähnlich? Nein, das ist nicht so extrem. In der Schweiz haben wir sowieso ganz andere Mehrwertsteuern. Wir haben eine direkte Demokratie. Da würde niemand zustimmen, dass man mit 19% Mehrwertsteuer draufschlägt auf irgendein Produkt. Das ist ein Wahnsinn, wie ich das höre. Aber auch sonst wird es eigentlich gleich behandelt. Mehrwertsteuer ist halt für die Lebensmittel und fertig. Auf einen Aspekt würde ich gerne zurückkommen, und zwar auf den Landverbrauch durch die Nutztierhaltung. Hast du eine Zahl oder einen Größenvergleich, wie viel Land wirklich verbraucht wird durch die Nutztierhaltung? Wir können vielleicht auch da ein Diagramm einblenden. Das haben wir so zusammengestellt. Es ist jeweils ein Vielfaches für tierische Nahrungsmittel wie für pflanzliche. Es kommt darauf an, welche Pflanze und welche tierische man natürlich nimmt. Je nachdem gibt es verschiedene Aspekte. Ein Rind z.B. braucht natürlich viel mehr Platz als ein Hund. Aber es gibt dann auch ein bisschen mehr Fleisch. Aber die Lebenserwartungen sind auch wieder länger. Da muss man sehr viele Faktoren mit einberechnen. Aber pro Kilogramm Fleisch braucht es viel mehr Land als für ein Kilogramm Gemüse oder Obst. Auch dort sieht man natürlich, dass man zuerst Pflanzen produzieren muss, damit man die verfütten kann. Und dann braucht das Tier selber auch Lebensenergie. Es bewegt sich. Es atmet. Da wird auch sehr viel Energie umgesetzt. Und dann schlachten wir das, nehmen einen kleinen Teil des Fleisches. Weil die Knochen z.B. wurden zum Teil aus Gelatine gemacht. Aber es hat auch viel Abfall, Blut usw. Und den kleinen Teil, den essen wir dann den Rest. Und der ganze Rest geht verloren. Oder wird auf die Felder gebracht zum Düngen dann. Zum Beispiel auch. Die Fäkalien sind natürlich auch da. Ja. Ja. Wahnsinn. Vielen Dank für diese vielen verschiedenen Aspekte. Kannst du es vielleicht nochmal in ein paar wenigen Sätzen zusammenfassen, was für dich der Grund für eine vegane Ernährung und Lebensweise ist? Der einfachste Grund. Es gibt keinen Grund dagegen. Ja. Ich sehe, bei jedem Lebensbereich hat man Vorteile, wenn man vegan lebt. Egal was man ansieht. Umwelt, Tierschutz, Ökologie, Ökonomie. Das ist eine riesige Verschwendung, was wir heute betreiben, damit überhaupt noch jemand rentabel Fleisch produzieren kann. Also überall hätte man Vorteile, wenn man vegan lebt. Ja. Wieso soll man es dann nicht tun? Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Renato. Und vielen Dank auch nochmal für dein Engagement an der Stelle, wie im letzten Video auch, für deine Arbeit über die letzten 25 Jahre hinweg, dass du den Veganismus so vorangebracht hast in all der Zeit. Vielen Dank dafür nochmal. Bitte. Und ja, schaut ihr euch auf jeden Fall mal um auf der Seite von Swisswedge und besorgt euch die Informationen. Schaut in das Buch rein, wenn ihr das gebraucht bekommt, Veganize Your Life von Renato. Da findet ihr auch nochmal alle Infos, Grafiken und so. Alles super verpackt. Das ist ein Hammerbuch. Und jetzt schreibt ihr uns mal unten in die Kommentare rein, welcher Aspekt euch am wichtigsten ist. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst und aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Mal bei The Herbert Rabbit, eurem Kanal für veganes Leben.